so herzlich willkommen hier zurück in runde 9 mit dabei der fang immer grittig ja innsbruck was gesagt rapid empfängt innsbruck so lautet es richtig es ist ein duell vierter gegen siebter schwaber mal ja die tabelle habe ich jetzt nicht nur vorlesen können weil das so schnell aus war alles ich lese mal vor hartberg führt vor dem lasc vor salzburg und wacker innsbruck mit jeder mal zwölf punkten auf platz fünf ist die austria mit elf stürm graz auf das 6 mit 10 auf das 7 rapid mit 9 mattesburg mit 8 auf der 8 alltag auf der neuen mit 7 sein pölten auf der 10 mit 6 genauso wie der wac mit sechs punkten auf der elf liegt und die admira am letzten platz mit fünf zähler so verwahrung einmal für gabrile ja ja es ist jetzt eine wichtige runde die sind immer noch jetzt treten viele im oberen bereich gegeneinander an wir haben top spiele eben wie zum beispiel der erste gegen den fünften gott zu dank einfach mal raus oder zum beispiel der erste gegen den dritten das war schon schon was bei schon was bei das war schon was Rusia war schon mal raus mich ist ich bin jeder andere ich bin schon Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das war kein Batzer, das war gewollt. Wichtigste Retour-Antwort. Oops. 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 And how are we at the Lumenkamp? Oh Mann. Aber nicht mehr bei Steffen. Na, Maximilian. Oh Mann. 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 Der Fortschritt hat gesagt, dass es ein Minimum von 3 Minuten gibt. um nur das war Ja. So, Anstoß, Hälfte 2. Der war wichtig. Ja, ich glaube direkt schlossen gleich mit dem ersten. Da wollen wir es jetzt mal direkt probieren, nein, es hat sie ja noch dazwischen. So, erster Wechsel bei Innsbruck. Wow, jetzt. oh der ist verletzt ich weiß nicht wir sagen am 6 gewesen gleich kabin ausgleich mal Scheiße, ja. Bitte? Scheiße, ja. Scheiße, ja. Das ist nichts gut. Hast du noch einen Wechsel? Nope. Oh, das ist nichts gut. Wer ist es? Schieber. Der andere Schieber wäre mir lieber gewesen. Blasikowski. Aber er macht das Tor. Rückverziert. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Also das erklär mir mal, wenn der verletzt ist, alter. Oh, oh. Oh mein Gott. Nein, nein. Dumm. Nein, Hoffmann. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, wahrscheinlich hat er drauf, weil er verletzt war. Er wollte auch gar nicht so nehmen eigentlich. Und dann ist er abkrutscht und deswegen war er drin. Ist auskrutscht. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Aber gute Pari. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. macht sehr gut über die vielleicht wichtig 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 da war schon top parade da rätet strebinger ordentlich jetzt ganz frei Oh mein Gott. Chester. Alter. Das gibt es nicht, das gibt es echt nicht, das gibt es echt nicht, leider. Ja, super. Ja, super. Puh. Ja, super. Bleibling. Ja, das war's. Doch noch zum Schluss einer hektischen Partie. Wie setzt sich der Rappi durch? Schließlich, damit vorläufig mal auf Rang 1. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, haut rein. Macht's gut. Ciao und Papa. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.